Ja, der Nobelpreisträger Michael Lewitt äußert so ähnliche Dinge wie Lockdown ein Riesenfehler. Ja, und das bedeutet also Michael Lewitt oder Lewitt, der Nobelpreisträger, bestätigt also alles, was die NextScientistsForFuture.de auch denken, ja, also das ist schön, dass dieser Nobelpreisträger das bestätigt, ja. Und ja, und dazu passt auch nochmal, dass nochmal eine Sendung erschienen ist mit Weißrussland, dass da also sozusagen letztendlich, ja, die Parade nochmal gezeigt wurde. Also bei uns wird doch gezeigt, hier in Deutschland wird doch gezeigt, so, ja, die Leute gehen in einen Gottesdienst und dann gibt es lauter Infizierte, wie schrecklich. In Weißrussland gehen Millionen zu einer Parade und da gibt es garantiert auch Massen an Infizierten, aber man kümmert sich einfach nicht drum, weil die nämlich nicht krank werden. Ja, die interessant wäre doch, wie viele von den Infizierten bei dem Gottesdienst krank werden und dann sterben und nicht sterben wegen der medizinischen Behandlung, sondern sterben, weil der Virus so stark ist, das Virus so stark ist, ja. Und dieser Professor, dieser Nobelpreisträger Michael Lewitt spricht eben auch von einem Panikvirus. Das haben wir ja auch von Anfang an getan, vom Panikvirus und das zeige ich Ihnen jetzt nochmal hier. Wie kommt es denn dazu, dass am Ende ein Panikvirus sozusagen die Welt beherrscht und nicht ein echter Killer-Virus sozusagen? Der Panikvirus, der kommt so zustande. Hier haben wir den wieder noch einmal, zum tausendsten Mal. Wir haben also die Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, das Professor Hans-Werner Sinn, der Gemeinwohlökonomie und so weiter. Wir haben also quasi diese marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch der Scientists for Future, also nicht der nextscientistforfuture.de, sondern der Scientists for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Rehmsma, Fridays for Future. Alle denken sie in einer Welt der Marktwirtschaft und glauben, dass da eine Lösung für die Welt möglich sei. Und ich zeige jetzt kurz auf, warum das naturwissenschaftlich bewiesen ist, dass es sozusagen selbstverständlich eben nicht möglich ist im Rahmen der Marktwirtschaften. Im Rahmen der Marktwirtschaften ist es vielleicht denkbar, dass man vielleicht in irgendein paar Jahrzehnten mal einen weltweiten Emissionshandel mit Ach und Krach vielleicht hinbekommen könnte. Vielleicht aber auch nicht. Und dann wären auch die anderen hunderttausend Marktwirtschaftsprobleme alle nicht gelöst. Also wäre es auch keine Lösung, sondern wieder nur völlig unsinniges Stückwerk. Wir müssen doch mal das Problem an der Ursache, an der Wurzel beheben. So, dann also Panikvirus. Hier haben wir den ersten Früharzt der Evolution. Und der sagt, ach, ist das toll, dass ihr so toll in Kommunen lebt und euch so gesund, so rein naturbelassen ernährt. Macht nur weiter so, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht euch, um eventuelle Kleinstlebewesen gar nicht zu kümmern. Das schafft dann euer Körper mit links. Das ist ein guter Früharzt. Nur kann der nicht überleben, weil der hat, was soll der im Rahmen der Marktwirtschaft verdienen? Wer soll ihn bezahlen? Niemand. Und dann haben wir hier den vielleicht millionsten Früharzt der Evolution. Und der irrt sich plötzlich. Und der irrt sich und sagt, nein, ihr könnt ruhig auch die moderne Ernährung essen. Die ist gar nicht krankheitserregend und gar nicht immunschwächend. Ihr müsst nur ganz fleißig meine späteren Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Operationen, Chemotherapien und jetzigen Heilkräutertränke und so weiter und Heiltränke kaufen. Dann, nur dann könnt ihr gesund sein und gesund leben. Ja, und dadurch fangen die Menschen an, sich total falsch zu ernähren, werden ständig immer wieder krank, weil Krankheitsursache fehlernährung, krankmachender Lebensstil generell, allgemein. Und dann kann er eben hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und er ist dann, so was zu sagen, der Urahn von dem heutigen Professor Drosten, ja, der eben, ja, angeblich übrigens kommt der nachher noch, sich bei seiner Studie wie immer geirrt hat. Naja, das ist eben ganz klar, weil gewinnbringende Irrtümer im Kopf bedeutet immer, sich bei allem zu irren, ne. Und, ja, und das ist eben der Punkt. Der konkurriert den aus und hier spätestens nach drei Generationen muss sein Urenkel die Wanderpraxis schließen. Das heißt, die Marktwirtschaft ist die Ursache für die regelmäßige Entstehung von Panikviren, ja, also Professor, oder dieser Nobelpreisträger Luitz sagt ja, es ist Panikvirus statt Killervirus sozusagen. Und diese Panikviren, wie sie da, der Panikvirus war ja auch bei der Schweinegrippe und wurde ja schon früher so angebracht. Ja, und jetzt haben wir also, wenn, solange wir die Marktwirtschaft belassen, liebe Fridays for Future, werden wir jedes Jahr wieder Panikviren bekommen, ne. Und eure Strategie wird auch nicht aufgehen, nämlich zu denken, so jetzt hat ja endlich mal die Wissenschaft, hat auf, also die Regierung hat auf Professor Drosten und damit die Wissenschaft gehört. Und jetzt soll sie das doch beim Klima auch nur tun, das wird nicht geschehen, ja, weil eben das Corona etwas ist, wo die Leute eben direkt Panik bekommen und beim Klima bekommen sie nicht direkt Panik. Also die Umweltprobleme zu lösen und besonders die Umweltprobleme der dritten Welt zu lösen, da brauchen wir die Beendigung der Marktwirtschaft. Und das können nur die NextScientistsForFuture.de, mit denen müsst ihr zusammenarbeiten, die können euch den Kohlestopp 26 realisieren, den 900 Milliarden Euro sieben Jahre Plan fürs Klima realisieren. Aber ihr arbeitet halt mit den völlig falschen Leuten zusammen. Naja gut, weiter. Dann Karl Lauterbach, Professor Karl Lauterbach, SPD gegen Ramelow, na, da wird also, das ist halt, aber das ist ja keine Bösartigkeit von Professor Lauterbach, sondern nach dem Nobelpreisträger Luit ist eben Karl Lauterbach genauso wie Drosten von dem Panikvirus befallen. Wir sprechen ja ganz bewusst von Viren des Geistes, von der mimetischen Evolution, Viren des Geistes und die sind natürlich voll davon. Also da die Marktwirtschaft in jedem gesellschaftlichen Bereich, also auch in den Behörden und in allen anderen Bereichen, immer gewinnbringende Irrtümer produziert, sozusagen, und die dann, nein, nicht produziert. Produziert werden sie durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion und multipliziert werden sie durch die Marktwirtschaft. Also die Marktwirtschaft ist ein Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern. Das ist die einzige richtige Definition von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Es handelt sich um einen Multiplikator von gewinnbringenden Irrtümern, die die ganze Menschheit aufs Schwerste beschädigen, Kriege provozieren, Panikvirus-Epidemien produzieren und alles Mögliche. Nicht Pandemien produzieren, sondern Panikdemien produzieren, könnte man mal richtig sagen. Ja, und jetzt haben wir hier noch Kritik an Christian Felbers Gemeinwohlökonomie. Also die nextscientistsforfuture.de haben die viel ältere, aber auch die richtige Gemeinwohlökonomie entwickelt, haben sie nur nicht genau so genannt, aber es ist eine Gemeinwohlökonomie. Und die Felbersche ist neuer, moderner und ist falsch. Warum zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie? Wieder unser Tagesbild. Die Gemeinwohlökonomie, die Gemeinwohlbilanz zwingt die Unternehmen zu einem ineffizienten Vorgehen. Dadurch sind sie weltweit nicht konkurrenzfähig. Der ganze Staat wird nicht mehr konkurrenzfähig und wir alle sterben. Den Indianertod werden also irgendwann einfach mal ausgerottet von einem Staat, so wie die Indianer ausgerottet wurden, weil wir gar nicht mehr verteidigungsfähig sind. Und solange es noch einen kapitalistischen Staat auf der Erde ist, müssen wir verteidigungsfähig sein, denn der Kapitalismus trägt den Angriffskrieg, so wie die Wolke den Regen in sich trägt, trägt der Kapitalismus den Angriffskrieg zwangsläufig und automatisch in sich. Die Angriffskriegsgelüste zwangsläufig in sich. Solange die Marktwirtschaft, der Kapitalismus existiert, wird es auch Kriege geben. So, und ineffizientes, ja, also das ist zum Beispiel, ich mache mal nur ein Beispiel, dass die Mitarbeiter des Unternehmens selbst bestimmen, wie viel Gehalt sie bekommen, sozusagen mitbestimmen, wie viel Gehalt sie bekommen. Dadurch werden die Kunden zu einem preiswerteren Unternehmen gehen. Dieses Unternehmen wird pleite gehen, arbeitslos. Da braucht es noch nicht mal den internationalen Wettbewerb, schon im nationalen Wettbewerb werden, solche Unternehmen nicht mehr überlebensfähig sein können. Denn allein schon, wenn der Unternehmer aus Menschenfreundlichkeit auf seinen Unternehmerlohn verzichtet, dann fehlt ihm aber der Spielraum, mitzukonkurrieren. Zum Beispiel die anderen, zum Beispiel Firmen, die also, was weiß ich, Essensauslieferungsfirmen, ja, zum Beispiel Lieferando oder so ähnliches und so weiter. Solche Firmen, die anderen werden dann schon längst Hightech, super Hochqualitätselektrofahrräder mit Höchstgeschwindigkeit haben, sozusagen, und werden riesige Wettbewerbsvorteile haben. Aber dieser gemeinwohlbilanzierte Unternehmer kann sich die nicht leisten für seine Mitarbeiter und spätestens dann wandern die Kunden ab. Das heißt, der Unternehmerlohn ist ja nicht nur ein Lohn, den der Unternehmer dafür verwendet, sich jetzt in Rausch, in Saus und Braus zu leben, sondern der überlegt genau, oh, die Konkurrenz hat schon bessere Fahrräder als wir. Jetzt müssen wir auch, und dann steckt er seinen Unternehmerlohn vielleicht großteils in die Neuinvestition, um konkurrenzfähig zu bleiben, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das verhindert zum Beispiel die Gemeinwohlbilanz und damit ruiniert sie die gesamte europäische Wirtschaft. Also es gibt so die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber ist gemeingefährlich und die Gemeinwohlökonomie der nextscientistsforfuture.de ist genau richtig. Übrigens ist mir so aufgefallen nochmal, also das ist ja entschreckend. Die Leute klicken ja hier im Internetfernsehen lauter nichtssagende Sendungen an. Ich habe mal so durchgeklickt und schaue mir das an. Und zigtausende Klicks bei lauter Sachen, die nichts aussagen. Als ob, ja, also und nur bei uns gibt es eben jetzt ja, schaut nach, die jetzt zuletzt die Talkshow, die, wir machen ja jetzt die Talkshows, unsere Maybrit Illner, unseren Talk im Hangar 7 und so weiter machen wir selber. Diesmal mit Paula Piquet. Und ja, und warum schaut ihr, liebe Zuschauer, überhaupt Sendungen, die nicht darüber nachdenken, wie wir die Ursachen aller Probleme beheben können? Ja, und bitte kommt doch als Talkgäste in die Talkshows hinein und dort reden wir über die Beendigung der Menschheitprobleme. Und nicht nur, wälzen sie nicht nur einmal von links nach rechts, wie das die meisten anderen Sendungen im Internet machen, ne? Na gut, wie gesagt, wir haben jetzt zwei solcher, unsere Maybrit Illner, Talk im Hangar und so weiter, Talkshows machen wir selber. Jetzt zwei sind auf den verschiedenen Sendern meistens zu sehen, die verschiedenen Sender, die diese Sendung auch veröffentlichen. Ja, und Sachsen möchte jetzt auch Lockdown-frei sein, werden inspiriert durch Ramelow. Ich hoffe, dass Sachsen und Thüringen wirklich zur Vernunft kommen und dem Nobelpreisträger folgen, dass nämlich der Lockdown ein Riesenfehler war. Übrigens Hinweis, Schweden ist gerade immer noch bei 4.000 angeblichen Corona-Toten. Es gibt also ganz viele andere Staaten in Europa, die knallharte Maßnahmen gemacht haben, ihre Wirtschaft knallhart geschädigt haben und so weiter. Und die haben viel mehr angebliche Corona-Tote als Schweden. Ja, also das heißt, Schweden hat die normale Wind- und dabei haben die mit ihren knallhartten Maßnahmen, bei denen droht ja noch eine zweite Welle. Ja, weil die haben ja keine Herdenimmunität erreicht, während Schweden jetzt eigentlich eine Herdenimmunität erreicht haben müsste. Ja, also das heißt, also in Weißrussland habe ich ja eben schon gesagt, bei der Parade werden sich Tausende von Leuten infiziert haben. Nur da die nicht schwer krank werden und auch nicht sterben, interessiert das doch keinen Menschen, wenn die mal so eine Begegnung, so eine Naturimpfung durch ein Virus bekommen. Ja, und dann gab es eine interessante Sendung, die immerhin mal was Neues gebracht hat, nämlich, dass da nochmal ganz klar gesagt wurde, von, ich glaube, Professor Kutschera war es, Heizungsluft führt zu einer Lungenvorschädigung. Was meinen Sie, warum ich hier gerade bei offenem Fenster rede und im Winter immer nur bei offenem Fenster lebe, ohne jemals die Heizung anzustellen? Nicht nur, weil ich CO2 sparen will, sondern auch, weil ich meine Gesundheit retten will. Denn die Lunge wird durch Heizungsluft, durch geheizte Räume automatisch geschädigt. Ja, und dann sagt auch, Professor Kutschera hat wohl dann auch gesagt, ja, eben Schweden, ja, die haben jetzt wohl die Herdenimmunität gegen die zweite Welle. Schluck Wasser. Ja, und Spanien, Italien, Belgien, Frankreich und so weiter, mit ihrem Lockdown, und auch die ganzen englischen Staaten da oben, Großbritannien, alles, was da oben ist von Europa, die haben auch viel stärkere Sterbezahlen, viel mehr Tote als Schweden. Ja, Schweden hat also eine kräftige Grippe zugelassen, eine kräftige Grippe, die vielleicht maximal einen Tick kräftiger ist, als das, was wir 2018 in Deutschland hatten und mit keinem einzigen Wort erwähnt haben. Ja, gut, jetzt, wenn, mit dem Blick, den wir jetzt haben, wird es dann so kommen, dass wir dann, wenn wir das nächste Mal wieder eine Grippe im Anmarsch ist, dann werden wir unsere gesamte Wirtschaft runterfahren, denn es ist ja plötzlich dann Mode geworden, dass wir jetzt sozusagen sagen, okay, egal wie ein Mensch gelebt hat, wie er sein Immunsystem geschwächt hat und ob er 90 Jahre alt ist, wir retten jetzt jeden und dafür müssen wir natürlich auf Dauer unsere Wirtschaft stilllegen und dann müssen wir halt von zwei Euro am Tag leben, so lange, bis dann wir, wie die nordamerikanischen Indianer, von einem angriffslustigen kapitalistischen Staat abgeschlachtet werden und der besetzt dann das Land mit seiner Bevölkerung. So wie wir Europäer das in Nordamerika gemacht haben. Naja, dann würde das mal auf uns zurückkommen. Ja, und dann Gmx zum ersten Mal berichtet, Gmx oder formuliert so Dinge wie Lockdown falsch gewesen, Fragezeichen, kippt da etwa die Stimmung, Fragezeichen, ja, sickert es langsam durch, dass das alles ein Riesenfehler war. Ja, wir haben schon am 25. Februar hatten wir die erste Sendung, wo wir das in Frage gestellt haben. Im Kommentar drunter haben wir dann das schon in Frage gestellt, weil wir leider vergessen hatten, sozusagen in der Sendung das Thema Corona, was auf dem Bildschirm stand, direkt anzusprechen. Das wurde dann in dem Kommentar direkt nachgeholt. Also seit dem 25. Februar sind die next scientists for future.de wahrscheinlich die frühesten, die gesagt haben, ja, hier im Rahmen der Marktwirtschaft muss das ein Panikvirus sein. Also denn die gewinnbringenden Irrtümer werden automatisch multipliziert in der Marktwirtschaft und das führt dazu, dass alle Ärzte dazu neigen, Viren und Bakterien immer als Killerviren zu übertreiben und aus einer Mücke immer einen Elefanten zu machen, weil das sich in der Evolution bewährt hat, weil das zu riesigen Gewinnen geführt hat. Und warum soll etwas in Frage gestellt werden, was sich in der Evolution bewährt hat, in der Evolution des Kapitalismus, der marktwirtschaftsinternen Evolution? und dann sagte dieser eine Professor auch noch, ja, alte Menschen in Einzelhaft mit Heizung, da deutet er quasi schon an, das ist ja schon fast die Todesursache, also wenn man alte Menschen in Einzelhaft hält, in sozialer Isolierung von ihren Verwandten, mit Heizung, mit Lungenschädigung, das führt zu maximaler Anfälligkeit gegenüber jedem Virus und damit auch zum Todesurteil. Ja, das sind technische Hinweise. Lars Klingbeil, ich glaube SPD-Geschäftsführer, wenn ich mich richtig erinnere, beleidigt angeblich Christian Lindner, indem er ihn angeblich in die Nähe der Verschwörungstheoretiker rückt. Ja, also wie gesagt, also noch einmal, liebe Verschwörungstheoretiker, ihr ahnt das, was nicht stimmt, aber ihr irrt euch total. Ja, es sind die Ursache, es gibt nur eine Verschwörung gegen die Menschheit und die heißt Marktwirtschaft beziehungsweise Kapitalismus. Das ist aber kein Mensch, sondern das ist ein System, das ist ein Wirtschaftssystem, das ist eine Wirtschaftsmechanik. Bitte kritisiert in Zukunft nur noch die Marktwirtschaft und hört auf, Menschen zu kritisieren. Das ist alles Irrtum. Irrtum, Irrtum, Irrtum. Ja? So. Ähm. Also. Klingbeil beleidigt also angeblich Lindner und der solle sich dann entschuldigen, der Klingbeil und so weiter. Ja. Dann Fragezeichen, wie China Weltmacht wurde. Ja, da kommt eine Riesensendung wieder, wahrscheinlich mit der falschen Erklärung. Ich mache mal die richtige Erklärung. Das tut mir immer leid, weil da werden wir jetzt mit der Dummheit der Bevölkerung konfrontiert. Naturwissenschaftlich, psychologisch-wissenschaftlich steht fest, ist, dass die Gene eines Menschen erstens, dass, wenn Kinder geboren werden, erzeugt, erzeugen die Gene des Menschen zwangsläufig Ungleichheit, also Liebe, linksradikale, Träumer. Die Natur erzeugt aus gutem Grunde grundsätzlich Ungleichheit. Das heißt, wenn zwei Eltern durchschnittlich intelligent sind, werden von zehn Kindern einige hier weniger intelligent sein, hier so, da wird sich so eine kleine Normalverteilung bilden, und einige Kinder werden intelligenter als die Eltern sein, weil eben die Natur immer Ungleichheit produziert, denn es könnte ja auch mal eine Umwelt kommen, in der plötzlich nur kleine, wenig energieverbrauchende Gehirne überlebensfähig sind und die großen Gehirne selektiert werden, also aussterben, weil sie zu viel Energie erfordern, die aber die neue Umwelt nicht hergibt, sozusagen, und dann dadurch hat die Evolution einen Sicherheitsmechanismus eingebaut und der wirkt auch bei uns Menschen, nämlich dass deswegen der Apfel nicht weit vom Stamm fällt, aber er fällt immer mit einer gewissen Entfernung zum Stamm, aber nicht allzu weit. Also immer hier, wenn die Eltern einen IQ von 100 haben, dann werden die Kinder genetisch die Voraussetzungen haben, zwischen, was weiß ich, 90 und 110 wird dann wahrscheinlich die Bandbreite sein. Und dann das zweite Schreckliche, dass nämlich die Gehirngröße und die Intelligenz und so weiter zum relativ großen Teil genetisch fixiert ist, so ähnlich wie die Körpergröße. Und das bedeutet, das sind zwei Dinge, die Linksradikale nicht hören wollen, die sonst lieber sagen, nein, ich bleibe in meiner Sekte, ich glaube, ich verweigere, mich mit Wissenschaft zu beschäftigen, ich will das gar nicht wissen, alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind Genies und so weiter. Und diesen Wahnsinn, der wird wohl noch ein bisschen weiter gehen. So, und dann ist es eben so, warum ist in Wirklichkeit China eine Welt gemacht geworden? Das hat einen ganz einfachen Grund. Möglicherweise liegt es ja an der Ein-Kind-Politik, Schluck Wasser. Wahrscheinlich ist es so, dass die beruflich wenig Leistungsfähigen hier in China, die mussten sich an die Ein-Kind-Politik halten, haben also wenig Kinder in die Welt gesetzt. Und die beruflich sehr Leistungsfähigen haben immer einen Trick, sei es Bestechung oder was gefunden, um irgendeinen Weg zu finden, zwei, drei, vier Kinder in die Welt zu setzen. Dadurch sozusagen hatten die Chinesen viele leistungsfähige Kinder und die konkurrieren jetzt die amerikanischen Kinder und die europäischen Kinder aus. Denn in Europa ist es so, dass hier, wer hier ist, wird quasi, da wird mit allen möglichen Mitteln verhindert, dass die Kinder bekommen. Und hier wird ganz viel unterstützt, dass die Kinder bekommen. Also wird Europa durchschnittlich ständig dümmer. Und auch, wir machen ja auch nicht so, wir machen Multikulti. Multikulti ist gut, aber nur, wenn die Leistungsfähigsten aus aller Welt zu uns kommen, die Milliardäre und die Top-Wissenschaftler und die Top-Denker und die Fachkräfte aus aller Welt zu uns kommen, stattdessen öffnen wir die Grenzen für die Inkompetenten, also die beruflich nicht leistungsfähigen aus aller Welt. Dadurch verschiebt sich die Normalverteilung in Europa, in den USA nach links. Wir werden immer dümmer und werden immer weniger wirtschaftlich konkurrenzfähig. Und die Chinesen haben durch diese Ein-Kind-Politik und die vielen Kinder vielleicht im hochqualifizierten Bereich ihre Intelligenz nach rechts, nach oben quasi verschoben und sind intelligenter geworden. Und die werden uns jetzt wirtschaftlich platt machen und irgendwann vielleicht auch militärisch. So wie die nordamerikanischen Indianer. Denn das, was die Chinesen haben, ist ja auch so eine Art Staatskapitalismus. Und da, genauso wie jetzt diese Virus-Hysterie, die eigentlich eine kapitalistische, ein kapitalistisches Panik-Virus in China ausgebrochen ist, wird das jetzt auch das Virus der Kriegslüsternheit in China irgendwann ausbrechen. Denn diese kapitalistischen Wirtschaftsanteile werden dann, da werden dann irgendwelche Rüstungskonzerne auch den Kriegstreiber-Virus auspacken. Und ohne böse Absicht. Das wird sich aber evoluieren. Denn alles, was kapitalistisch oder marktwirtschaftlich ist, evoluiert kriegslüsterne Viren des Geistes sozusagen. Ja, und vor allem multipliziert. Multipliziert die Viren des Geistes. So, unser schönes Tagesbild wieder. Ja. Endlich soll was gegen die Krawall-Motorräder unternommen werden. Das höre ich doch mit Freuden. Und warum macht man nichts gegen die Krawallautos mit ihrem Riesenkrach, den die entfalten, mit ihrem Vollgas und so weiter. Und die ganze Stadt durchdröhnen. Das müsste natürlich auch geschehen. Ja. Ja, und dann zu Drosten nochmal. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Die Drostens und so weiter können eben keine Studien. Ja, denn wenn man voll ist mit gewinnbringenden Irrtümern und praktisch gar keine Ausbildung hat in Statistik und wissenschaftlicher Methodenlehre, das habe ich ja schon, das habe ich ja mitten im Studium schon festgestellt, dass Mediziner keine, weder Studien noch Statistiken noch irgendwas können. Und dabei muss man noch dazu sagen, Studien kann sowieso fast niemand, weil Studien sind das Schwierigste, was überhaupt hinzukriegen ist. und das kann vielleicht ein absolutes Genie. Aber eine Studie, die wirklich was aussagt und die nicht fehlerhaft ist, das ist das Schwierigste überhaupt. Also deswegen darf man sich nicht auf Studien verlassen, sondern wenn, dann muss man eben, wie die nextscientistsforfuture.de das vorhaben, das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden zu einer Trutzburg der sicheren Studiendurchführung und Statistischen Auswertung sozusagen machen, die absolut fälschungssicher ist und so weiter. Und dann kriegen wir vielleicht zum ersten Mal überhaupt sowas wie echte, echte, echte Studien. So, und dann nähern wir uns wieder dem Ende. Und wo ist es hier? Ja, habe ich über alle gesprochen. Markus Krall, also hier haben wir die Marktwirtschaftsfans. Markus Krall, Hans-Werner Sinn, Christian Fellber, Gemeinwohlökonomie, GWÖ. Dann, ja, Sarah Wagenknecht eigentlich auch. Die will ja nur von den Reichen was wegnehmen. Die treibt dann natürlich aber die Reichen aus dem Lande. Das gibt ja immer wieder Initiativen, sozusagen, die da im Prinzip dazu dienen, am Ende die fähigsten. Angeblich wandern ja jedes Jahr schon 250.000 Hochkompetente aus und wahrscheinlich kriegen wir jedes Jahr 250.000 inkompetente Zuwanderer. Und das würde natürlich das alles verstärken. Nico Pech, also Genügsamkeitsforderungen reichen nicht. Echten die groß und Postwachstum können nur die nextscientistsforfuture.de, weil die Konsumsucht beendet werden muss. Kevin Kühnert würde mit seinen Enteignungstendenzen die gesamte Bauwirtschaft, also die Bausubstanz Deutschlands ruinieren. Und Rainer Mausfeld mit seinem, ja, irgendwie die Zentren der Macht angreifen, würde auch wieder viele fähige Leute aus dem Lande vertreiben. Und Fridays for Future, Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Reems, mehr und mehr wissen immer noch nicht, was sie tun sollen. Die einen sind Antifa-Fans und wollen den Kapitalismus beenden und die Marktwirtschaft beenden und die anderen wollen sie behalten. Und ich kann nur sagen, ja, die Marktwirtschaft muss beendet werden, aber auf vernünftige Weise durch die nextscientistsforfuture.de und dann können wir den Klimaschutz hinkriegen und dann haben wir auch einen ganz schnellen Weg, wie wir die Welt CO2-neutral bekommen innerhalb kürzester Zeit. Ja, das war's für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Bis bald und meldet euch an für die Talkshows Demokratie Pur Talkshows, da unten sind sie. Meldet euch dafür an und talkt mit und ja, und ja, unsere Maybrit-Illner Talk im Hangar 7 und so weiter Talkshows machen wir selber. Da wird die Weltrettung besprochen und nur dort leider, denn alles andere ist leider, ja, gehört so in den Quatschbereich. Also, das war's für heute. Bis später. Talkshows